Wir haben Dienstag, 7.20 Uhr. Ich gehe mich jetzt vom Studentenpärchen trennen. Die wollen lieber alleine sein. Habe ich gestern direkt gefragt und habe sie dann bejaht, was ich eigentlich erwartet habe. Und jetzt geht es dann los. So, da vorne ist die nächste Schleuse. Ich muss, was das Baggerschiff da machen will. Scheinbar will ich den Weg zur Schleuse frei baggern. Tja, leider hat die hier keine Bootsgasse. Man kann hier wahlweise durch die Schleuse oder hier über die Umtrage, wenn er keinen Bock hat, in die Schleuse zu fahren. Und da muss man dann wieder den grünen Hebel ziehen. Das kann man hier nicht lesen. Die Schleusevorgang dauert zwölf Minuten, die ist halt hier die Kammer. Okay, also in der Zeit dann wieder leeren, welche auch so außen rum. Aber wenn man schon schleusen kann, dann gehen wir schleusen. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Noch eine Minute. Wieder den grünen Hebel ziehen und dann geht der Schleusevorgang los. So, jetzt steht dann, Schleusenvorgang beginnt eine Minute, bitte festhalten. Am besten da dran. Jetzt steht dann, Tor schließt. Abwärts. Und da ist auch so etwa, ja, zehn Minuten kann man sagen. Wird auch oben angezeigt. Das Tor geht auf. Wir sind ganz unten angelangt. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und bevor ich krankkrank bin, bin ich auch darüber lade. Die hohe Spitze, so das kleine Christbaum, muss ich nicht schlecht machen, kann ich gebrauchen. Untertitelung des ZDF, 2020 Und hoffentlich gibt es da meine legal nicht-alkoholische Droge. Das ist eine außerirdische Lebensform. Hier an der Mosel, eine außerirdische Lebensform, wow. Die Frage, ob ich hier Cappuccino kriege, eine legale nicht-alkoholhaltige Droge, hat sich erledigt. Die haben noch gar nicht offen. Wenn wir in der Burg laufen sollen, die waren bewirtschaftet. Musik Musik Auf geht's, wir drinnen im Boot und jetzt auf geht's um die Schleife. Und natürlich überlegen wir, ob man da im Einschnitt nicht einfach ausboilt und rüber geht beim Berg. Musik 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 So, jetzt bin ich so ungefähr. Ich bin hier, nehme ich mal an, am Scheitelpunkt von der langen Schleife und ich werde vom Planeten weggebraten. Musik 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 Und jetzt habe ich sozusagen die Schleife geschafft. Eigentlich gab es ein Boot da noch nicht ganz. Erst wenn ich genau auf Höhe vom Turm bin, dann habe ich die Schleife geschafft. So, ich habe es geschafft, ich bin genau beim Turm, die Schleife ist erledigt. Das habe ich noch nicht mehr gehabt, freie Sicht bis zum Horizont und drüber hinaus, also ich habe es schon immer gewusst, es handelt sich hierbei um eine außerirdische Lebensform. Jetzt habe ich das endlich kapiert, muss man doch gleich sagen. Werde gar nicht gesehen, bei der Brügel hat es auch die nächste Schleuse. Das ist ein schönes Schild für mich. Die Bahnsteiger nennen sich auch Kanonienbahn, da haben sich die Preisen gebaut, damit sie besser Frankreich angreifen können, damit man das Militärzeug schneller Richtung Frankreich kriegt. Wenn man jetzt unter Klaustrophobie leidet, dann hat man jetzt das Verschissen, nach Sinn des Wortes. Jetzt geht es nur noch durch die Schleuse, hohe Mauern, Engigkeit, alles geschlossen. Da haben wir jetzt sowas von verschissen. Ich habe das Glück mit Löffeln gefressen, die Schleuse steht im Oberwasser. Juhu. Wenn wir die Schleuse bedienen, muss man hier den grünen Hebel ziehen. Soll die grüne Suppe hier drin, so wie daivy. Und hier muss man auch hier den grünen Hebel ziehen, dass sich schon Abfahrt losgeht. Wenn ihr dann bestens informiert, was losgeht, bitte festhalten, die Schleuse schließt in einer Minute. Aber nichts dauert länger als warten. So eine Minute, die kann lang sein, das ist unglaublich. Und kaum ist er abgelaufen, steht da, das Tor schließt. Ja, das Tor geht auf, jetzt bin ich wieder befreit. So eine Minute. So eine Minute. Amen. 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 Oh, das ist die Weinbergbahn. So, da vorne ist der Kempplatz Feuerberg. Schauen wir mal, ob die auch Eintagesdinger aufnimmt. Und die schauen von hier auf Licht aus. Schauen wir mal. So, mein Kempplatz Feuerberg gelandet. Einen schönen Ausdruck gemacht. Bei meiner Scheife auf. Aber heute spüre ich die Hitze gewaltig. Und ich habe mich irgendwie getroffen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020